Hilary und Bill Clinton waren einst das größte Powerpaar der Welt, wie sie heute leben, und was sie zusammenhält. Der Abstand zwischen den Clintons läuft immer mit. Kein Händchen halten, keine liebevolle Berührung am Strand von Amagansett, einem kleinen Ort in den Hamptons. Immerhin. Ab und zu lächeln sie einander kurz an. Warum das Chris-enge-schüttelte-Paar als First Couple im Ruhestand überhaupt an seiner Ehe festhält? Dazu äußern sich nun beide selbst. Bill plus Hillary Clinton. Das sagt das Paar zu seiner Beziehung. Sie sehen hier zwei Menschen, die sich lieben. Das ist kein Arrangement, sondern eine Ehe, erklärt Bill Clinton in einem Interview. Seine Frau formuliert es in der TV-Doku Hilary etwas emotionaler. Ich habe gleich beim ersten Treffen gespürt, dass er der interessanteste Mann ist, der mir je begegnet ist. Und der mir je begegnen würde. Ich dachte mir, dass ich mit ihm nie langweilige Momente erleben würde, das hat sich ja bewahrheitet. Heute leben die Clintons meist in ihrem Haus in der ländlichen Nobelgemeinde Chepeque im US-Bundesstaat New York. Punkt. Ihre Villa hat fünf Schlafzimmer. Bill und Hillary nutzen jeder eins für sich. So halten sie es schon seit Jahren. Auf der Straße kann man ihnen öfter begegnen, sie lieben ihre langen Spaziergänge und die ausgiebigen Nachbarschaftsteigs. Ihr Alltag besteht vor allem aus Lesen und Bücherschreiben. Hillary Clinton treibt zudem ihre Filmproduktionsfirma Hidden Light voran. Ihre Enkelkinder bilden das Herzstück der Familie. Gemeinsames Highlight des ehemaligen Präsidentenpaars? Die Besuche bei Tochter Chelsea in New York City. Chelsea ist der Ehekid, das Bindemittel der elterlichen Beziehung. Denn der einzigen Tochter, die mit 17 Jahren den Skandal des Vaters um Monika Lewingsi miterleben musste, will man kein weiteres Familiendrama zumuten. Oma und Opa kümmern sich heute begeistert um Chelseas Kinder Charlotte, sechs, Aidan, fünf und Jasper, zwei. Es könnten sogar noch mehr Enkel werden. Chelseas Ehemann Mark hat zehn Geschwister. Fünf der Kinder sind adoptiert. Zumindest er wünscht sich weiteren Nachwuchs. Bei den vielen Spaziergängen auch mal nach anderen Frauen zu schauen. Das fällt für Bill Clinton übrigens mittlerweile weg. Wegen seiner Herzprobleme neige er nicht mehr zu affären, heißt es in seinem Umfeld. Auch das kann dieser Ehe nur gut tun.